Heute beim QuickCheck. Die Welt der Öle wird immer komplexer und das ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten und das richtige Öl für mein Fahrzeug zu finden. Wie unser neuer Ölfinder die Suche nach dem passenden Öl erleichtert und was er sonst noch kann, darüber sprechen wir jetzt. Annette, ganz allgemein, welche Öle umfasst unser Sortiment und somit auch unser neuer Ölfinder? Wir bieten für LKW, Nutzfahrzeuge, PKW und Transporter für nahezu jede Kundenanforderung, das richtige Öl. Das ist sicherlich nicht einfach bei der Komplexität, dass für mein Fahrzeug passende Öl zu finden, richtig? Absolut. Bei der Vielzahl an Ölen auf dem Markt ist es schwierig, das richtige Öl zu finden. Das ist der reinste Dschungel. Und hierbei unterstützt unser neuer Ölfinder. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Öls ist immer die Betriebsanleitung der Fahrzeuge. Darin machen die Hersteller Angaben zu den Viskositäten bzw. SAE-Klassen, zu den Freigaben und Spezifikationen. Einfacher aber als in der Betriebsanleitung nachzuschauen, ist es natürlich einfach in unserem Ölfinder das richtige Fahrzeug einzutragen. Und dann bekommt ihr direkt unser komplettes Ölsortiment angezeigt von der Premium Parts Eigenmarke bis hin zu den Ölen unseres Markenpartners Liqui Molli. Und das direkt schon vorgefiltert und passend für euer Fahrzeug. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr durch den ganzen Dschungel an Ölen durchkämpfen, sondern ihr bekommt direkt Öle angezeigt, die für euer Fahrzeug passend sind und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr nichts falsch macht, wenn ihr diese Öle einfüllt. Eine echte Erleichterung also? Ja, absolut. Weil ihr nicht nur das richtige Öl angezeigt bekommt, sondern auch Informationen zu den Füllmengen und zu den Wechselintervallen, was es euch ganz einfach macht, auch die richtige Gebindegröße direkt für euer Fahrzeug auszuwählen. Annette, neben unserem Ölfinder haben wir auch noch den Ölwegweiser. Was versteckt sich dahinter? In unserer Kompetenzbroschüre, dem Ölwegweiser, haben wir alles Wissenswerte rund ums Thema Öl zusammengefasst. Wir beantworten Fragen, wie zum Beispiel, ob wir verschiedene Öle miteinander mischen können. Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und ob zum Beispiel die Farbe des Öls etwas über die Qualität aussagt. Wir haben den Ölwegweiser zum Download auf der Webseite verfügbar und auch hier in gedruckter Version. Vielen Dank, Annette, für deine Zeit und die Vorstellung des Ölfinders.